Der Vizepräsident Armin Wies Für die Medienverantwortlich Pascal Dalloli Und natürlich unser Röschel Hürwig Der Vizepräsident Armin Wies Der Vizepräsident Armin Wies Der Vizepräsident Armin Wies Der Vizepräsident Armin Wies Wir sehen uns beim nächsten Mal. Komm, komm, komm! Spannungsgeladene Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017